Und jetzt geben wir sofort weiter nach Berlin. Dort kommt in diesen Minuten auf Antrag der Grünen und der Linksfraktion der Deutsche Bundestag zusammen, um über die NSA-Abhöraffäre zu debattieren. Beschlüsse sind heute nicht zu erwarten und so scheint es doch eher eine symbolische Sitzung. Die Abgeordneten zeigen, dass sie sich mit dem Skandal beschäftigen. Oder ist da heute mehr zu erwarten als bloße Symbolik, Erhard Schärfer? Da ist, Ina Baltes, zumindest von der Tagesordnung her ein klein wenig mehr zu erwarten. Es ist ja das erste Zusammentreffen des neuen Parlamentes nach der konstituierenden Sitzung am 22. Oktober. Und heute wird dieses neu gewählte Parlament sich zum ersten Mal inhaltlich auseinandersetzen. Und das Ganze unter den Vorzeichen einer sich anbahnenden großen Koalition. Wird das natürlich nochmal auf in anderer Hinsicht auch interessant. Zwei Tagesordnungspunkte hat es heute reguläre. Es wird auch noch eine kurze Ansprache geben des Bundestagspräsidenten zur Lage in den Philippinen nach der Naturkatastrophe dort. Der erste Tagesordnungspunkt wird sein eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin mit anschließender Aussprache zu einem EU-Gipfel Ende des Monats am 28. und 29. November in Vilnius. Und da können wir das Thema Koalition auch nochmal aufnehmen. Denn da sollten ja eigentlich die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein. Schauen wir mal. Und das andere Thema heute, das eine große Rolle spielt, Sie haben das angedeutet, das ist in der Tat, die sind die Konsequenzen aus der Spähaffäre des NSA, der National Security Agency, also eines von 16 Geheimdiensten in den Vereinigten Staaten, hier bei deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und nicht nur bei denen, nämlich auch bei der Bundesregierung. Das wird ein Thema sein, vor allem auch die Frage, welche Konsequenzen das Ganze hat für das transatlantische Beziehung, also für die Beziehung Deutschlands mit den USA. Ich freue mich, dass zwei hier sind, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich die beiden ersten parlamentarischen Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer von Grünen und Unionsfraktionen. Britta Hasselmann ist bei uns und Michael Große-Brömer. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind in diese erste Debatte des neuen Parlaments, eine Sondersitzung. Nichtsdestotrotz, Frau Hasselmann, was wollen Sie erreichen mit dieser Sitzung heute? Ja, ich bin froh, dass es zu dieser Sitzung kommt. Wir Grüne hatten ja diese Sondersitzung beantragt. Und wir wollen unbedingt, dass über die Frage, welches Ausmaß hat eigentlich das Thema Überwachung, Ausspähung, die Frage der Grundrechtsverletzung für alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur für das Handy der Kanzlerin, dass darüber endlich mal öffentlich diskutiert wird und nicht nur im parlamentarischen Kontrollgremium. Und das ist heute die erste Gelegenheit dazu. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir diese Debatte jetzt gleich führen können. Dann beschäftigen wir uns noch einen Moment mit der Frage, auf welcher Grundlage, auf welcher Datenbasis, es ist in dem Zusammenhang ja doppelt spannend, dieses Wort zu verwenden, diese ganze Debatte heute stattfindet. Es hat, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Delegationen gegeben, die in den USA gewesen sind, da teilweise auch mit den Geheimdiensten gesprochen haben, Herr Große-Brömer. Was können Sie uns eigentlich heute, Stand heute, sagen über den Umfang dieser Spähaffäre und den Umgang mit den dabei ermittelten Daten? Nun, wir haben deutliche Fortschritte gemacht, was die Aufklärung betrifft. Das ist im parlamentarischen Kontrollgremium immer wieder deutlich gemacht worden. Und im Übrigen haben wir, glaube ich, auch kein Defizit, was die öffentliche Argumentation betrifft. Denn nach jeder Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums war der Auflauf groß. Zu Recht, weil die Leute interessiert sind an das, was passiert ist und an den Behauptungen, die immer wieder wöchentlich sozusagen neu zu kontrollieren waren. Und ich denke, dass wir in vielfacher Hinsicht Aufklärung bekommen haben. Wir haben klare Hinweise bekommen, auch welche Dokumente noch sozusagen von dem Geheimnisstatus befreit werden müssen. Es ist angekündigt, dass wir auch ein Deutschlandpaket bekommen. Also da ist viel getan, aber es ist auch noch viel zu tun. Und ich schlage vor, dass wir als Union auch ganz konkret Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im amerikanischen Parlament suchen, um dann noch weiter aufzuklären. Aber Sie sagen, da muss ich, frage ich Ihnen direkt mal nach, ich weiß, dass Sie das wahrscheinlich möglicherweise in die ähnliche Richtung da auch gehen wollten. Sie sagen, wir haben große Fortschritte gemacht, bleiben aber doch in der weiteren Ausführung einigermaßen im Wagen. Versuchen wir doch nochmal, oder ein bisschen Substanz auch reinzukriegen. Und wie sehen denn die großen Fortschritte aus? Deswegen frage ich nochmal, in welchem, welcher Umfang von Bespitzelung ist bekannt und was ist mit diesen Daten passiert nach den Erkenntnissen heute? Ja, ich kann Ihnen ganz konkretes Beispiel nennen. Es gab die Behauptung, dass der BND Daten erhoben haben soll und zwar millionenfach in Deutschland, die dann auch in irgendeiner Form rechtswidrig mit der NSA zusammenverarbeitet worden sein sollen. Es hat sich im Rahmen der Beratung und auch der Ermittlungen durch das Kanzleramt herausgestellt, gerade anhand der Kodierung, dass es da nicht um Daten innerhalb Deutschlands ging, sondern um Auslandsaufklärung, teilweise auch zum Schutz deutscher Soldaten in Afghanistan. Infolgedessen ist manche Behauptung auch entkräftet worden. Ganz konkretes Beispiel von mir. Das konkrete Beispiel bezog Sie auf die Aktivitäten des BND. Den können wir ja, hoffen wir zumindest, hofften wir mal, dass wir den hier noch selber kontrollieren können. Aber offenbar haben Sie noch weiter reichende Fragen. Naja, ich bin mir bei der Frage des BND und ob wir den ausreichend kontrollieren können, mittlerweile auch nicht mehr sicher. Ich meine, ich glaube im Moment, wir können uns überhaupt nicht mehr sicher sein, wenn wir die Vielfalt der Informationen, die öffentlich sind und mit denen wir dauernd konfrontiert werden, wenn wir die mal zusammenführen. Und ich meine, im Sommer war es noch so, dass gerade von Ihrer Fraktion und auch vom Kanzleramtsminister Pofalla und vom Innenminister Friedrich diese NSA-Affäre, die Überwachung und die Ausspähung für beendet erklärt wurden. Ein Skandal, der keiner ist, wurde gesagt. Ich meine, das muss man sich vor den Erkenntnissen, die wir heute haben, mal vorstellen. Deshalb glaube ich, dass durch den Besuch von Hans-Christian Ströble und dem Gespräch mit Snowden einiges ins Rollen gekommen ist. Aus unserer Sicht reicht die Befassung im Parlamentarischen Kontrollgremium nicht aus, auch eine einzelne Bundestagsdebatte nicht. Wir sind in Vorbereitung für einen Auftrag für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in dieser Frage. Da sind wir jetzt schon bei den Konsequenzen. Ich würde gerne noch mal bei dem Punkt bleiben, welche Erkenntnisse haben wir denn? Welche greifbaren? Deswegen frage ich das noch mal auf einer anderen Ebene. Wie sicher kann ich beispielsweise sein, dass ich nicht ausgesperrt und abgehört werde? Ja, eins haben wir auch immer deutlich gemacht im Parlamentarischen Kontrollgremium. Da bin ich nicht so pessimistisch wie die Kollegin. Zumal ja Ihre Fraktion auch im Parlamentarischen Kontrollgremium vertreten ist. Das, was wir da machen, das, was wir da nachfragen, das wird natürlich auch immer Gegenstand von Untersuchungen sein. Und wir bekommen auch klare Antworten. Aber ich gebe Ihnen mit einer Sache völlig recht. Die deutsche Kontrolltätigkeit erschöpft sich an den Grenzen Deutschlands. Wir werden weder im Parlamentarischen Kontrollgremium noch durch die Bundesregierung direkten Einfluss auf den amerikanischen, russischen oder chinesischen Geheimdienst nehmen können. Das ist gar keine Frage. Infolgedessen bleibt immer eine mögliche offene Flanke zu sagen, was machen fremde Geheimdienste? Da kann man nur daraus lernen und sagen, wir müssen mehr für Datensicherheit tun. Wir müssen auch mehr für Spionageabwehr tun. Da müssen wir vielleicht insgesamt noch besser werden. Und da kann keiner eine definitive hundertprozentige Sicherheit geben, weil andere ausländische Geheimdienste in Deutschland nicht kontrolliert werden können. Einer der Rechtfertigungsgründe bei der NSA, seitens der NSA, seitens der USA ist ja gewesen, man befinde sich im Antiterrorkampf und erhebe diese Daten deshalb. Und man habe ja auch Erfolge durch diese Art und Weise der Arbeit. Das Ganze ist ja etwas ins Wackeln gekommen. Nachdem dann bekannt geworden ist, dass auch die Bundeskanzlerin abgehört wird und auch die Bundesregierung und sicher noch auch Staatssekretäre und viele mehr. Das heißt, die Rechtfertigung, das Ganze mit dem Antiterrorkampf zu begründen, greift nicht mehr. Gibt es irgendeine Rechtfertigung, wo Sie nur sagen würden, okay, bis zu diesem Punkt würden wir das noch nachvollziehen können? Es geht jetzt erstmal darum aufzuklären, um welche Grundrechtsverletzungen geht es hier eigentlich und um welche Verletzungen auch europäischer Rechte von uns allen, aller Bürgerinnen und Bürger geht es hier eigentlich. Und diese Abwägung, ja, und diese Frage, was bedeutet das eigentlich für uns hier national, auch in der Frage des Abschlusses zum Beispiel von europäischen Verträgen oder Abkommen mit den USA? Das sind Dinge, die gehören aus unserer Sicht auf den Tisch. Also wenn es um das Fluggastdatenabkommen geht, wenn es um die Frage des SWIFT-Abkommens geht, wenn es um viele weitere Fragen, die auf EU-Ebene diskutiert werden, das Freihandelsabkommen geht, dann ist hier vorher eine Aufklärung notwendig, um mit den USA auch wirklich dann auf europäischer Ebene verhandeln zu können. Und das ist, was das fordern wir ein. Auch der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung weist ja nochmal deutlich darauf hin, wie wenig wir eigentlich wissen. Und deshalb ist es unser großes Anliegen. Damit sind wir auch bei dem Thema transatlantische Beziehung. Sie haben eben gesagt, wir können ausländische Geheimdienste hier natürlich nicht kontrollieren. Heribert Prantl schreibt heute oder stellt heute in der Süddeutschen Zeitung die Frage, ob es uns da nicht an nationaler Souveränität fehlt, weil die hier offenbar machen können, was sie wollen. Da muss einem doch aber doch Angst und Bange werden. Jedenfalls muss man als Konsequenz dieser ganzen Debatte das tun, was die Kanzlerin begonnen hat und die Bundesregierung bislang konsequent durchführt, beginnt mit dem Bundesinnenminister. Wir müssen über neue IT-Sicherheit nachdenken. Wir müssen uns bemühen, internationale europäische Abkommen zu schließen, die genau das vermeiden. Datenschutz, Datensicherheit endet nicht an nationalen Grenzen. Das hat der amerikanische Präsident übrigens richtig gesagt. Das, was heute technisch möglich ist, darf man nicht vollständig umsetzen. Daran muss man gemeinsam arbeiten, international. Das ist der richtige Weg, den die Kanzlerin beschreitet schon. Das heißt, Sie glauben oder hoffen eben ernsthaft auch, dass ein solches Abkommen, sofern es denn geschlossen wird und zustande kommt, dass die Amerikaner und die amerikanischen Geheimdienste daran hindert, solche Aktivitäten fortzusetzen? Jedenfalls kann ich ja feststellen, dass gerade durch diese Aktivitäten, ich glaube auch durch die Vorgänge in Deutschland, der intensive Debatte auch in Amerika begonnen hat, die es am Anfang so nicht gegeben hat. Die Balance zwischen notwendiger Sicherheit und Freiheit, die ist unter Umständen von der NSA so ein wenig außer Fugen geraten. Und daran zu arbeiten, auch aus Deutschland Anstöße zu geben, ist richtig und sinnvoll. Das übrigens muss ergänzt werden durch eigene Tätigkeiten zum Schutz deutscher Staatsangehöriger, soweit es technisch möglich ist. Aber wir müssen natürlich auch die technischen Voraussetzungen sehen und daraus politische Konsequenzen ziehen. Und wenn Sie von Anfang an sagen, Abkommen machen keinen Sinn, dann können wir internationale Politik insgesamt einstellen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Abkommen haben schon Sinn. Ich frage mich nur, ob es Sinn macht im Zusammenhang mit dem Thema Geheimdienste, weil man die ja dann doch nicht immer permanent auf die Finger gucken kann. Was denken Sie vor diesem Hintergrund, dass Geheimdienste ja idealerweise aus Ihrer Sicht geheim agieren? Welchen Wert hat ein solches Abkommen, hätte ein solches Abkommen? An klare internationale und europäische Abkommen haben sich alle zu halten. Das ist für mich gesetzt und es geht in diesem Kontext nicht nur um die Abkommen, die wir treffen auf europäischer Ebene. Da gibt es ja auch schon eine Resolution zum SWIFT-Abkommen im Europaparlament, sondern es geht eben um die Einhaltung von Grundrechten. Und immer wieder komme ich darauf und nehme Bezug darauf, weil es so ein wichtiges und unumstößliches Recht, auf das wir uns alle beziehen können, ist. Und da müssen wir sicher sein und da müssen Bürgerinnen und Bürger auch sicher sein können. Einer der Maskepicherinnen beteiligt war, dass wir das, worüber wir reden, überhaupt wissen, weil wir wussten es bis vor kurzem ja gar nicht, ist Edward Snowden, der sogenannte Whistleblower für die USA, ein Verräter. Wie ist der Stand bei Ihrer Fraktion, auch bei der amtierenden Bundesregierung, mit Edward Snowden ins Gespräch zu kommen und vor allem wo? Wir haben eine klare Auffassung. Wir sind nicht der Auffassung, dass er Snowden in Deutschland Asyl bekommen kann. Dazu bedarf es einer politischen, ethnischen oder religiösen Verfolgung. Er wird allerdings verfolgt, weil er in Amerika gegen Strafgesetze verstoßen hat. Deswegen haben wir da eine klare Auffassung. Wir haben aber genauso im parlamentarischen Kontrollgremium die Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen, inwieweit in Moskau eine informatorische Anhörung von Herrn Snowden möglich ist. Wir halten eine Kontaktaufnahme mit ihm durchaus für sinnvoll, zumal ja auch der Generalbundesanwalt, falls er ein Ermittlungsverfahren einleitet, prüfen muss, ob Herr Snowden in irgendeiner Form als Zeuge zur Verfügung stehen kann, obwohl er nach eigenen Aussagen ja gar keine Dokumente mehr besitzt. Wie man Kontakt aufnehmen kann mit Edward Snowden, hat Hans-Christian Ströbel vorgemacht, der grüne Bundestagsabgeordnete. Sie fordern nach wie vor Asyl für Snowden, auch in Deutschland? Wir haben gesagt, Hans-Christian Ströbel hat durch den Snowden-Besuch einiges ins Rollen gebracht und wir fordern einen gesicherten Aufenthalt. Edward Snowden hat wahnsinnig wichtige Erkenntnisse, über die sich ja jetzt auch schon das parlamentarische Kontrollgremium lange unterhalten hat in der nicht öffentlichen Sitzung. Und jemand, der in so einer Art und Weise wichtige Informationen für uns alle hat, Whistleblower ist, dem müssen wir Schutz und Aufenthalt gewähren können, hier in Deutschland. Das ist unsere grüne Auffassung, ja. Wobei dann wieder die Frage ist oder die Frage diskutiert wird, ob das nicht die deutsch-amerikanischen Beziehungen dann nochmal auf eine andere Art und Weise möglicherweise stören könnte. Im Moment sind sie gestört durch diese Späheraffäre. Was denken Sie, wann wird das wieder ins Reine kommen? Und auf welchen Wegen vor allem? Reicht der Besuch von US-Außenminister Kerry demnächst hier, sobald die neue Regierung im Amt ist? Und die Idee des amerikanischen Außenministers Kerry, auf Versöhnungstour in Europa zu gehen, um möglicherweise dann auch Deutschlands intensiv zu besuchen, halte ich erstmal für gut und richtig. Darüber hinaus, glaube ich, müssen wir auf Regierungsebene, aber letztlich auch auf parlamentarischer Ebene, ohne Zweifel verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Daran müssen alle arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir weiterhin ein Interesse an einem transatlantischen Bündnis weiterhin auch in den nächsten Jahrzehnten haben in Deutschland. Herr Große-Brömer, vielen Dank. Frau Hasselmann, vielen Dank. Ich frage Sie jetzt nicht mehr, weil Sie reingehen müssen. Wir haben nämlich den Beginn der Sitzung jetzt erreicht. Sie können ruhig hinter mir verschwinden. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Bis zum nächsten Mal. Ihnen, meine Damen und Herren, kann ich, wenn wir umgeschaltet haben auf das Bild im Plenarsaal, dann schon mal noch ein klein wenig was zur Tagesordnung sagen, insbesondere zum Thema des ersten Tagesordnungspunkts. Und wie gesagt, davor allerdings noch einmal eine kurze Ansprache von Bundestagspräsident Norbert Lammert. Der wird sich beschäftigen mit den Folgen der Naturkatastrophe auf den Philippinen, wo ja vor ungefähr zehn Tagen dieser Taifun über das Land gezogen ist. Mehr als 5000 Menschen gelten als tot beziehungsweise vermisst. Und mehr als vier Millionen haben ihre Unterkunft durch diesen Taifun verloren. Die philippinische Botschafterin wird hier zu Gast sein bei der heutigen Sitzung des Parlaments. Und ich schaue noch mal auf den Monitor rechts von dieser Kamera und schlage noch einmal vor, dass wir uns einen Blick in eben diesen Saal werfen. Sie haben vielleicht im Hintergrund, im Tiefsten gehört, dass es gegongt hat. Das ist in der Regel das Zeichen, dass der Bundestagspräsident sich seinem Platz nähert. Norbert Lammert ist ja wieder gewählt in dieses Amt bei der konstituierenden Sitzung, wie gesagt, am 22. Oktober. Und dann nähert er sich seinem Platz und wird jetzt diese erste Sitzung, Sitzung, inhaltliche Sitzung, eine Sondersitzung bis in der gewählten Parlaments eröffnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Sitzung des Bundestages in der neuen der 18. Legislaturperiode. Bevor wir in unsere Tagesordnung eintreten, habe ich Ihnen einige Mitteilungen zu machen. Ich beginne mit der rundum erfreulichen Mitteilung, dass die Kollegin Birgitte Zypris am vergangenen Samstag einen runden Geburtstag feiern konnte. Und ich hier im Namen des ganzen Hauses auch auf diesem Wege noch einmal herzlich gratuliere und alles Gute für das neue Lebensjahr wünsche. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es eine interfraktionelle Verständigung gibt, den bereits am 21. März dieses Jahres im Ältestenrat vereinbarten vorläufigen Zeitplan für das Jahr 2014 zu bestätigen. Also mit vorläufiger Zeitplan ist selbstverständlich gemeint, die Sitzungswochen des Bundestages im Jahre 2014. Dazu gibt es eine Wortmeldung. Herr Kollege Gysi. Herr Präsident, ich missbrauche die Wortmeldung natürlich nicht dazu, aber es geht eins nicht, dass Sie am vergangenen Samstag 65 Jahre alt geworden sind und das hier nicht erwähnt wird. Meine herzlichen Glückwünsche, ich glaube, im Namen des ganzen Hauses. Applaus Herr Kollege Gysi, ich bedanke mich sehr. Es wäre natürlich schon gegangen und im Unterschied zu manchem anderen bestünde hierfür keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Umso mehr beeindruckt mich Ihre Kurzintervention. Wenn wir das während der Legislaturperiode auf diesem Niveau durchhalten könnten, wäre das ja schon mal eine Perspektive. Applaus Damit ist jedenfalls der Sitzungsplan für das Jahr 2014 so beschlossen. Das schließt im Übrigen natürlich nicht aus, dass wir durch Vereinbarungen noch mal Korrekturen vornehmen könnten. Aber jeder kann sich darauf einstellen, wann im nächsten Jahr Sitzungswochen einzuklanen sind. Darüber hinaus gibt es eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, die für heute vereinbarte Tagesordnung, um die Anträge der Fraktion Die Linke zur Einsetzung von Ausschüssen sowie zur Bestimmung des Verfahrens für die Berechnung der Stellenanteile der Fraktionen auf den Drucksachen 53 und 54 zu erweitern. Beide Anträge sollen als Zusatzpunkte im Anschluss an den Tagesordnungspunkt 2 aufgerufen und dann ohne Aussprache abgestimmt werden. Sind Sie auch damit einverstanden? Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist das so beschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich unseren Tagesordnungspunkt 1 aufrufe, möchte ich auf der Ehrentribüne die Botschafterin der Philippinen, Frau Maria Natividad, begrüßen und unsere Gedanken vor den Aufgaben und Herausforderungen im eigenen Land in jenen Teil der Welt lenken, der am Freitag vor einer Woche vom tropischen Wirbelsturm Haiyan heimgesucht wurde. Dieser Taifun war einer der stärksten, die jemals von Meteorologen registriert wurden und hat auf den Philippinen schwerste Verwüstungen angerichtet, ganz besonders auf den Inseln Samar und Leyte. Die Bilder, die uns in den letzten Tagen erreicht und erschüttert haben, zeigen Städte und Landschaften, die in einem geradezu apokalyptischen Ausmaß zerstört sind. Besonders schlimm hat es die Stadt Tacloban getroffen, die völlig zerstört worden ist. Aber auch in anderen Teilen der Philippinen sind Millionen Menschen vom Sturm betroffen. Nach Schätzungen der Behörden sind mehrere tausend Tote zu beklagen. Die materiellen Schäden sind noch gar nicht abzuschätzen. Aber schon jetzt ist offensichtlich, dass viele, sehr viele Menschen ihre Existenzgrundlage verloren haben. Die Menschen auf den Philippinen brauchen jetzt vor allem Hilfe. Schnell und konkret. Schon unmittelbar nach den ersten Meldungen über die Katastrophe haben Regierungen und Hilfsorganisationen aus aller Welt ihre Hilfe zugesagt. Auch die Bundesregierung hat rasch Hilfsgüter zur Verfügung gestellt, um die erste Not zu lindern. Zahlreiche Helfer aus Deutschland sind bereits vor Ort oder auf dem Weg, um den Menschen zu helfen. Viele Menschen in unserem Land beteiligen sich mit beachtlichen Spenden an den Bemühungen zur Bewältigung der riesigen Probleme und Aufgaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen auf den Philippinen machen in diesen Tagen eine unendlich schwere Zeit durch. Wir in Deutschland können nur erahnen, aber nicht ermessen, welches Leid vor Ort dort zu bewältigen ist. Aber wir wollen Ihnen, Frau Botschafterin, deutlich machen, dass wir in unseren Gedanken bei Ihnen und bei den Menschen in Ihrem Land sind und nach Kräften daran helfen wollen, Schäden zu beseitigen und Leid zu lindern. Unsere Trauer und Anteilnahme gilt den Angehörigen der Opfer, unser Mitgefühl den betroffenen Menschen und unser Dank und Respekt all denen, die nach Kräften helfen, manche auch über ihre Kräfte hinaus. Vielen Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin, zum Gipfel der östlichen Partnerschaft am 28. und 29. November 2013 in Wilna. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor, über den wir am Ende der Debatte befinden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 94 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann können wir so verfahren. Das Wort zur Abgabe einer Erklärungserklärung hat die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Botschafterin, auch im Namen der Bundesregierung möchte ich noch einmal die herzlichen Wünsche an das philippinische Volk von diesem Ort hier überbringen. Meine Damen und Herren, in zehn Tagen wird in Vilnius der dritte Gipfel der östlichen Partnerschaft stattfinden. Auf Einladung der litauischen Ratspräsidentschaft der Präsidentin Dalia Gröbers-Keite treffen dort alle Mitgliedstaaten der EU mit den Vertretern der sechs osteuropäischen Partnerländer Moldau, Georgien, Armenien, Ukraine, Weißrussland und Aserbaidschan zusammen. Ich werde an diesem Gipfel wie an den beiden früheren Gipfeln in Prag und Warschau teilnehmen. Mit meiner Teilnahme möchte ich die Verbundenheit Deutschlands und der gesamten Europäischen Union mit unseren östlichen Nachbarn unterstreichen. Es ist unser gemeinsames strategisches Interesse, die Weiterentwicklung dieser Länder zu fördern, die Transformation in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, gute Regierungsführung zu unterstützen und die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder zu stärken. Ich sehe in der östlichen Partnerschaft ein großes Potenzial. Sie ist ein eigenständiges Instrument europäischer Politik, das eine völlig neue Qualität der Annäherung unserer osteuropäischen Nachbarn ermöglicht. Sie steht neben anderen strategischen Partnerschaften, die der Europäischen Union wichtig sind, wie etwa der mit Russland oder auch den Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen, wie zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten von Amerika. An dieser Stelle möchte ich aus aktuellem Anlass auch wenige Sätze zu Amerika sagen. Die Beratungen mit Amerika zeigen, dass solche Verhandlungen, zum Beispiel über Freihandelsabkommen, immer mehr sind als Beratungen über Wirtschaft und freien Handel. Es geht bei solchen Verhandlungen auch immer um Vertrauen. Deutschland und Amerika teilen gemeinsame Erfahrungen, Werte und Interessen. Wir stehen gemeinsam für freiheitliche, offene und demokratisch verfasste Gesellschaften. Das transatlantische Verhältnis und damit auch die Verhandlungen für ein transatlantisches Freihandelsabkommen werden gegenwärtig ganz ohne Zweifel durch die im Raum stehenden Vorwürfe gegen die USA um millionenfache Erfassung von Daten auf eine Probe gestellt. Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden. Das kann nur durch Transparenz einerseits und das Bewusstsein andererseits geschehen, dass das transatlantische Verhältnis für beide Partner, ich betone für beide Partner, gerade aber auch für Deutschland, wesentlicher Garant unserer Freiheit und unserer Sicherheit ist. Ich sage deshalb ausdrücklich, trotz allem sind und bleiben das deutsch-amerikanische und das transatlantische Verhältnis von überragender Bedeutung für Deutschland und genauso für Europa. Meine Damen und Herren, das steht im Übrigen in keiner Weise im Gegensatz dazu, dass Deutschland und Europa größtes Interesse an weiteren Instrumenten europäischer Politik haben. Und genau dazu gehört auch die östliche Partnerschaft. Um Missverständnissen vorzubeugen, die östliche Partnerschaft ist kein Instrument der EU-Erweiterungspolitik. Es geht im Rahmen der östlichen Partnerschaft nicht um EU-Beitrittsperspektiven. Es geht vielmehr darum, unsere Partner bei der Demokratisierung und Modernisierung zu unterstützen, indem wir politische Annäherung und wirtschaftliche Integration anbieten. Dabei lassen wir uns von den Grundsätzen der Konditionalität und der Differenzierung leiten. Das heißt, dass die Länder, die auf dem Weg zur Demokratie und zu Rechtsstaat mehr oder weniger voranschreiten, auch unterschiedlich behandelt werden und damit unterschiedlich von der EU-Förderung und der Kooperation profitieren können. Drei Punkte sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Erstens, eine erfolgreiche Transformation unserer Partnerländer. Zweitens, ihre souveräne Entscheidung über ihre politische Ausrichtung. Und drittens, die Kontakte von Mensch zu Mensch. Eine gute wirtschaftliche und politische Entwicklung unserer östlichen Nachbarn ist von großer Bedeutung. Und zwar nicht nur für unsere Partner, sondern auch für die Stärke und den Wohlstand der Europäischen Union. Auch deshalb müssen wir unser Engagement für unsere Nachbarn entschlossen fortsetzen. Unsere Partnerschaft verpflichtet nämlich beide Seiten. Wir wollen den wirtschaftlichen Austausch und die Kontakte zwischen unseren Gesellschaften, zwischen der EU und ihren Partnern, wie auch zwischen den Partnern untereinander. Den Zivilgesellschaften in den östlichen Partnerländern kommt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle zu. Sie müssen diesen Wandel tragen, fordern und fördern. Sie sollen die politische Annäherung ihrer Länder an die EU und die Chancen der wirtschaftlichen Integration erleben und gestalten können. Dieser besondere Schwerpunkt nicht nur im Bereich der Regierungszusammenarbeit, sondern des Zusammenwirkens der Menschen drückt sich auch darin aus, dass die wirtschaftliche Kooperation und die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft beide elementare Bestandteile der östlichen Partnerschaft sind. Dabei haben wir bestimmte Instrumente in der Hand. Sie klingen oftmals sehr technisch, aber sie bedeuten in jedem einzelnen Falle konkrete Verbesserungen des Zusammenlebens. Dazu gehören Assoziierungs- und Freihandelsabkommen, ebenso wie Erleichterungen in Visa-Fragen. Wesentlich für das gegenseitige Verständnis ist die Teilnahme junger Menschen aus den östlichen Partnerländern an EU-Programmen wie Erasmus und anderen. All diese Elemente tragen zu einer zunehmenden Orientierung der östlichen Partner an unseren Werten und unseren Standards bei. Auf dem kommenden Gipfel wollen wir mit Moldau und Georgien Assoziierungs- und umfassende Freihandelsabkommen paraffieren. Beide Länder haben in den vergangenen Jahren eine insgesamt positive Entwicklung genommen. In Georgien kam es zu einem friedlichen Regierungswechsel durch demokratische Wahlen und eine Verbreiterung des gesellschaftlichen Konsenses über die Ausrichtung des Landes. Die Republik Moldau hat trotz mancher innenpolitischer Turbulenzen die vielleicht größte Entschlossenheit der östlichen Partner bei der Verabschiedung und Umsetzung von Reformen gezeigt. Damit die anstehende Paraffierung der Assoziierungs- und Freihandelsabkommen auch rasch wirksam werden kann, haben wir uns beim letzten Europäischen Rat in Brüssel dazu verpflichtet, die Voraussetzungen für eine anschließende Unterzeichnung schnellstmöglich zu schaffen. Unsere Beziehungen zu Moldau und Georgien werden dadurch enger denn je. Die ausgehandelten Verträge ermöglichen es, für diese Länder eine Annäherung an die EU von bislang einmaliger Tiefe und auch Themenbreite zu erreichen. Sie gewähren Chancen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Modernisierung der Gesellschaften und der Staatswesen, der Unterstützung beim Aufbau eines modernen Rechtsstaats. Dieser wiederum kann die rechtlichen Rahmenbedingungen für Investitionen und Handeln, aber auch für den Kampf gegen Korruption stärken. Das sind die Chancen, die der Abschluss eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der Europäischen Union für ein Land der östlichen Partnerschaft haben kann. Eine solche enge Anbindung an die EU bringt jedoch auch Verpflichtungen mit sich. Das ist vor allem die Verpflichtung zur Implementierung dessen, was wir vereinbart haben. Das Freihandelsabkommen verpflichtet unsere Partner zum Beispiel zur Übernahme europäischer Standards. Dies ist zum Teil eine große Herausforderung für die Volkswirtschaften der betroffenen Länder, die, und da dürfen wir uns wirklich nichts vormachen, viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Wirtschaft ist dabei nur ein wichtiges Kapitel in den Assoziierungsabkommen. Ebenso wichtig ist, dass die Assoziierungsabkommen ihre Unterzeichner zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten verpflichten. Und das führt uns natürlich zu unseren Beratungen mit der Ukraine. Allein schon die Größe verleiht der Ukraine besonderes Gewicht innerhalb der östlichen Partnerschaft. Mit ihr ist die EU in der Gestaltung ihrer neuen vertraglichen Beziehungen am weitesten fortgeschritten. Wir haben der Ukraine in der Vergangenheit immer deutlich gemacht, dass die neue vertragliche Qualität der Zusammenarbeit, dass die gemeinsame Verpflichtung auf europäische Werte wie Demokratie, Rechtsstaat und Bürgerfreiheiten mehr als ein Lippenbekenntnis sein muss. Die EU-Außenminister haben beim Außenrat im Dezember 2012 insbesondere drei Bereiche genannt, in denen Fortschritte nötig sind. Erstens bei der Reform der Wahlgesetzgebung. Zweitens bei Schritten zur Beendigung der sogenannten selektiven Justiz, wofür symbolhaft der Fall von Julia Timoschenko steht. Und drittens bei der Implementierung der Assoziierungsagenda. Ich möchte an dieser Stelle erneut betonen, wir erwarten von der Ukraine glaubhafte Schritte zur Erfüllung der Voraussetzungen für eine Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens. Wir erwarten, dass dieser Prozess nachhaltig und unumkehrbar umgesetzt wird. Es steht außer Zweifel, dass die Ukraine weiterhin vor großen Reformanstrengungen im Innern steht. Eine zusätzliche enorme Herausforderung für die Ukraine ist die Haushaltskonsolidierung. Ohne solide Finanzen wird es das Beistandsabkommen mit dem IWF nicht geben können. Und wir glauben, dass ein solches Beistandsabkommen mit der Ukraine dringend notwendig wäre. Daran hängen auch die substanziellen bilateralen Kredite der EU als Makrofinanzhilfe, insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro. Und hier ist unser stetiger Rat an die Ukraine, die nötigen Reformen zu unternehmen. Diese Schritte können wir der ukrainischen Regierung nicht abnehmen. Sie müssen auch unabhängig von der Zeichnung des Assoziierungs- und Freihandelsabkommens unternommen werden. Wir wissen, dass Reformen nicht von heute auf morgen vollständig umgesetzt werden können. Wir möchten auch die Ukraine unterstützen bei ihren Reformen. Mit Kooperationsangeboten, mit finanziellen Mitteln der europäischen Nachbarschaftspolitik. Aber die Voraussetzungen dafür muss die Ukraine selbst schaffen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. In diesen Tagen, ich sagte ja, es sind noch zehn Tage bis zu dem Gipfel, finden eine Vielzahl von Gesprächen statt, ebenso Beratungen im ukrainischen Parlament. Heute muss ich Ihnen hier sagen, es ist noch nicht abzusehen, ob die Ukraine willens ist, die Voraussetzungen für eine mögliche Unterzeichnung zu schaffen. Heute und morgen debattiert der Außenministerrat in Brüssel genau auch über dieses Thema. Wenn die Ukraine unsere Erwartungen erfüllt und wir somit unterzeichnen können, dann könnten wir der Ukraine nicht zuletzt über eine breite vorläufige Anwendbarkeit des Abkommens auch für den Fall den Rücken stärken, dass sie sich mit Nachteilen seitens Russlands konfrontiert sieht. Wir wissen, dass die Entscheidung für die Anbindung an die Europäische Union nicht nur der Ukraine, sondern unseren Partnern insgesamt nicht leicht fällt. In den letzten Monaten sahen sich einige von ihnen zum Teil erheblichem Druck ausgesetzt. Ich werde mich deshalb auch in Vilnius dafür einsetzen, dass die EU diesem Druck konkrete Chancen und gelebte Solidarität entgegensetzt, sei es durch zusätzliche Absatzmöglichkeiten für Produkte unserer Partner, die zum Beispiel nicht nach Russland eingeführt werden dürfen, oder durch Hilfe bei der breiteren Aufstellung ihrer Energieversorgung. Um es klar zu sagen, die Länder entscheiden allein über ihre zukünftige Ausrichtung. Ein Vetorecht Dritter kann es nicht geben. Das ist unser Verständnis der uneingeschränkten gegenseitigen Achtung der Entscheidungsfreiheit, wie sie in der OSZE-Charta festgeschrieben ist. Ich habe diese Frage auch in meinen Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin immer wieder thematisiert. Ich habe wiederholt deutlich gemacht, dass sich weder die östliche Partnerschaft noch die bilateralen vertraglichen Beziehungen, die die EU mit ihren Partnern abschließen will, gegen Russland richten. Im Gegenteil, von der Stärkung und Modernisierung der Volkswirtschaften unserer osteuropäischen Partner würde, so ist unser Verständnis, auch Russland profitieren. Die EU hat immer wieder Gesprächsangebote an Russland gerichtet, um die beiderseitigen Vorteile einer Kooperation herauszuarbeiten. Wir müssen, das ist meine tiefe Überzeugung, weiter daran arbeiten, dass es kein Entweder-Oder zwischen einer Annäherung der Länder der östlichen Partnerschaft an die EU und dem russischen Bemühen um eine engere Partnerschaft mit diesen Ländern geben sollte. Die EU hat Russland dafür Vorschläge unterbreitet, über die wir schnellstmöglich sprechen müssen. Armenien hat sich in dieser Situation für den Beitritt zur Zollunion Russlands Weißrusslands und Kasachstans und damit gegen die Paraffierung des ausgehandelten Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der EU entschieden. Selbstverständlich akzeptieren wir diese Entscheidung. Gleichzeitig werden wir Wege für eine künftige Zusammenarbeit der EU mit Armenien finden. Sie wird nicht die besondere Qualität der Kooperation mit Georgien oder Moldau haben, aber Armenien bleibt ein wichtiger östlicher Partner. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein Wort zu Weißrussland sagen, denn dies ist und bleibt das schwierigste Kapitel im Bereich der östlichen Partnerschaft. Seit der erneuten Repression im Zuge der Präsidentschaftswahlen im Dezember 2010 sind unverändert politische Gefangene in Haft. Bürger, die sich um Pluralität in dieser Gesellschaft bemühen, wurden hinter Gitter gebracht. Ich denke unter anderem an Alice Bejalski, den Träger des Menschenrechtspreises des Europarates. Wir alle stehen dafür ein, dass diese Menschen wieder frei reden, handeln und agieren können. Auch mit Weißrussland wollen wir die Zusammenarbeit wieder vertiefen. Aber das kann nur gelingen, wenn die politischen Gefangenen freigelassen und rehabilitiert werden. Es wäre sehr bedeutend, wenn der Gipfel in Vilnius hier ein Hoffnungszeichen setzen könnte. Meine Damen und Herren, dieser Gipfel ist eine wichtige Bestätigung unseres Angebots, der politischen Anbindung und wirtschaftlichen Integration an die östlichen Partner. Mindestens ebenso wichtig ist, dass wir in der Folge gemeinsam das Potenzial nutzen, das uns diese Partnerschaft bietet. Wir haben viele Kooperationsfelder aufgeschlossen, aber wir müssen weiter nachhaltige Fortschritte erreichen. Der möglichen Unterschrift bzw. Paraffierung eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens müssen konsequente Umsetzungen folgen. Die Visa-Aktionspläne zeigen auf, was nötig ist, um langfristig das Ziel der Befreiung von der Visa-Pflicht zu erreichen. Die regionale Kooperation bietet viele Möglichkeiten, voneinander zu lernen. Der Gipfel in Vilnius wird ein wichtiger Meilenstein auf dem Transformationspfad unserer Partner im Osten sein. Er wird einen Weg in die Zukunft zeigen, aber er wird auch deutlich machen, welche Arbeit noch vor uns liegt. Die Schatten des Kalten Krieges sind nach wie vor existent. Und es ist unsere Aufgabe, gerade auch die Aufgabe Deutschlands, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Kalte Krieg für alle vorbei ist, auch unsere östlichen Partner. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Beifall für die Bundeskanzlerin zu dieser Regierungserklärung zum Gipfel der östlichen Partnerschaft am 28. und 29. November in Vilna. Da will man drei Länder aus der früheren Sowjetunion näher an die EU heranführen. Aber man hat auch sich fest vorgenommen, darauf hinzuweisen, dass da doch einiges nötig ist an Bürgerrechten beispielsweise und an Justizreformen. Und jetzt was Neues, denn es spricht Dietmar Bartsch für die Linke. Und die Linke ist ja jetzt die Fraktion, die hier die Oppositionsführerrolle übernimmt. Ich freue mich, für meine Fraktion auf die Bundeskanzlerin antworten zu können. Es ist schon die Reihenfolge der Redner, wie das bei einer eventuellen Großen Koalition sein wird. Offensichtlich gehen CDU, CSU und SPD davon aus, dass ihre Verhandlungen erfolgreich sein werden, wie auch der Mitgliederentscheid der SPD. Das alles, obwohl man im Moment vom Koalitionsvertrag vor allen Dingen viel Nebel kennt. Die Oppositionsführerschaft bringt für die Fraktion Die Linke eine besondere Verantwortung. Und ich kann den Menschen in unserem Land versprechen, dass wir alles daran setzen werden, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Beginnen will ich damit, dass es ein Unding ist, dass wir heute die erste Sitzung des Bundestages außer der Wahl des Präsidiums seit Juni haben. Ja, wir hatten eine Bundestagswahl. Und ich hoffe, dass das Gerücht nicht stimmt, dass die Frau Bundeskanzlerin eine geheime Absprache mit der FDP hat und so lange verhandeln will, bis die Legislatur zu Ende ist. Ich hoffe, dass das wirklich nicht den Tatsachen entspricht. Fakt ist, Sie machen mit Ihren Koalitionsverhandlungen das Parlament zur Geisel. Sind das bereits die Vorboten der Großen Koalition? Wir erwarten nichts anderes als Respekt gegenüber dem Parlament. Nicht die amtierende Bundesregierung und auch nicht eine Bundesregierung in Spähe, sondern der Deutsche Bundestag ist der Souverän. Wie wollen Sie den Menschen erklären, die uns alle gewählt haben, dass sie uns nicht arbeiten lassen? Es trifft im Übrigen für die Opposition wie auch für die meisten Regierungsabgeordneten teil. Wir alle werden hier nicht fürs Rumsitzen bezahlt. Und ich sehe nicht, dass der heutige Sitzungstag dem Anspruch, als Parlamentarier aktiv zu werden, gerecht wird. Es ist gut, vor dem Gipfel über die osteuropäische Partnerschaft zu sprechen. Die Frage muss jedoch erlaubt sein, warum wir uns heute damit beschäftigen, jedoch nicht mit den Themen, die vielen, vielen Menschen noch viel mehr auf den Nägeln brennen. Abgesehen von der NSE-Debatte, die ja seitdem das Handy der Bundeskanzlerin betrifft, von der Regierung nicht mehr totgeschwiegen oder beendet erklärt werden kann. Das ist aber bei weitem nicht das einzige Thema, dem wir uns widmen müssen. Dringend wäre geboten, die schwache Binnenkonjunktur in Deutschland zu behandeln. Die Gefahr einer dauerhaften Depression oder Deflation in Europa. Die Enteignung der Kleinsparer durch negative Realzinsen. Die Bankenunion oder die Bundeskanzlerin hat ein paar Worte dazu gesagt zum Freihandelsabkommen mit den USA. Darüber müssen wir wirklich mal reden und mal kontrovers reden. Das alles sind Themen, die die Menschen in Deutschland, die Mehrheit der Menschen bewegt. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Euro-Krise vorbei ist, wenn sich Irland und Spanien demnächst das Geld wieder teuer auf dem Finanzmarkt leihen müssen. Das vermehrt vielleicht sichere Profite für Banken, die sich das Geld momentan quasi umsonst von der Europäischen Zentralbank leihen können. Aber die Krise macht doch keine Pause. Die wird nur mit billigem Geld derzeit zugeschüttet. Morgen soll eine neue Kreditbranche aus dem sogenannten Rettungsschirm an Portugal freigegeben werden. Wollen Sie das den Menschen verschweigen? Wollen Sie verhindern, dass Ihre Europapolitik debattiert wird? Darüber muss geredet werden. Deshalb haben wir aus diesem Grund eine etwas kreative Aufsetzungspolitik betrieben und einen Entschließungsantrag zur Krisenpolitik gegenüber Portugal zur heutigen Debatte eingebracht, zu dem ich gleich noch ein paar Worte sagen werde. Aber nun zur europäischen Partnerschaft und dem diesbezüglichen Gipfel in Vilnius. Natürlich begrüßen wir als Linke eine engere Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn der EU. Ja, vielleicht muss man im deutschen Parlament auch noch einmal deutlich sagen, dass Europa bis zum Rural geht und dass viele ehemalige Sowjetrepubliken und Russland genauso zu Europa gehören wie Frankreich, Spanien oder Griechenland. Deshalb ist es gut, dass es mehr Handeln, dass es mehr Austausch geben soll, dass diese Beziehung den Menschen in ganz Europa zugutekommen soll. Ja, Frau Bundeskanzlerin, wir aus den neuen Ländern haben da eine besondere Verantwortung. Für die neuen Länder ist es auch eine Chance. Wir wissen, dass viele traditionelle Verbindungen in diese Länder zusammengebrochen sind. Es gibt sie aber noch. Vor allen Dingen, das wissen wir beide, gibt es einen Erfahrungsvorsprung, insbesondere bei Sprachkenntnissen und bei kulturellen Beziehungen. Entscheidend wird aber sein, dass bei der osteuropäischen Partnerschaft nicht die Dinge, die Europa in die Krise gezwungen haben, ganz oben anstehen, wie die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, wie der Freihandel, wie die Konkurrenz um Löhne nach unten oder die Konkurrenz um die schlechtesten Arbeitsbedingungen. Nein, das wäre der falsche Weg. Es muss vor allen Dingen um Integration gehen, nicht um knallharte Interessenpolitik, nicht nur um Mehrexport aus der EU in diesen Ländern. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt wären zum Beispiel Erleichterungen bei den Visa-Bedingungen für die Menschen aus der Ukraine, aus Belarus, aus Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Wenn wir Menschen, die zum Beispiel unter Lukaschenko leiden müssen, Sie haben das geschildert, Visa nur ganz schwer erteilen, dann ist das doch ein Problem. Wir können helfen, durch mehr Offenheit, dass dort Mauern fallen. Deswegen ist die Visa-Frage eine zentrale Frage. Tun Sie etwas, dass diese Menschen leichter nach Deutschland kommen können. Verbessern Sie die Visa-Bedingungen, Frau Bundeskanzlerin. Wenn ich mich recht entsinne, regieren Sie ja seit acht Jahren und fordern jetzt Verbesserungen ein. Das ist irgendwie aus meiner Sicht etwas komisch. Immerhin. Ein sehr wesentlicher Punkt bei diesem Gipfel ist natürlich, Sie haben darauf hingewiesen, das Verhältnis zu Russland. Es kann nicht Ziel sein, die osteuropäischen Länder dem Einfluss Russland zu entziehen und die traditionsreichen Sonderbeziehungen zu kappen. Gegenteiliges muss das Ziel sein. Nämlich gleichzeitig die Beziehung zu Russland auszubauen und gemeinsam mit Russland die Beziehung zu den osteuropäischen Ländern zu entwickeln. Das sollte einhergehen mit deutlichen Positionen, zum Beispiel zum unsäglichen Agieren der Putin-Regierung gegenüber Schwulen und Lesben. Es ist doch klar, dass Russland dieses Projekt mit Argus-Augen beobachtet. Es passt zur NATO-Osterweiterung. Es ist ein Baustein zur Unterstützung transatlantischer Eliten. Es geht der EU offensichtlich nicht um eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Eine Beitrittsperspektive steht im Moment überhaupt nicht zur Debatte. Man möchte in den eigenen Reihen durchsetzen, wo es günstig ist, jedoch keine Einflussnahmen von der anderen Seite riskieren. Es geht darum, beste Bedingungen fürs Kapital zu schaffen und die Absatzmärkte für die eigenen Produkte zu erweitern, gerne auch auf Kosten der Wirtschaft der Partnerländer. Die viel gepriesene Demokratieförderung dient der EU als Mittel, neoliberale Hegemonialpolitik in den osteuropäischen Ländern fortzuführen. Das schulmeisterliche Auftreten der EU gegenüber den osteuropäischen Partnern würde man sich andersherum selbstverständlich verbieten. Es geht der EU viel zu wenig um Menschenrechte, um Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie und viel zu viel um Einflussnahme und Machtpolitik. Das bedeutet dann auch, dass die EU kein Interesse daran hat, etwa soziale oder ökologische Standards auf hohem Niveau festzuschreiben. So würde eine große Chance verpasst. Mir scheint, dass die EU auch bei der osteuropäischen Partnerschaft unverdrossen weiter auf genau die Rezepte setzt, die uns in die Krise geführt haben, Liberalisierung, Freihandel, Lohnkonkurrenz. Im Ergebnis sind zahlreiche Volkswirtschaften Osteuropas der Deindustrialisierung und spekulativen Kapitalflüssen ausgesetzt. Deshalb eine wahrhaftige östliche Partnerschaft, die diesen Namen verdient, muss den osteuropäischen Staaten ermöglichen, ihre Wirtschaft zu schützen und zu entwickeln und sollte nicht gegen Russland gerichtet sein. Nun ein paar Bemerkungen zu unserem Entschließungsantrag. Die Euro-Krise, wie ich gesagt habe, ist nicht verschwunden und erst recht nicht überwunden. Und in Kürze soll eine neue Kreditrange Richtung Portugal in Höhe von 5,6 Milliarden Euro, davon 3,7 Milliarden Euro durch den EFSF, bewilligt werden. Dafür haften auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Unser Steuergeld wird verbrannt, weil Portugal aufgrund der Schuldenlast und der wachstumsfeindlichen Kürzungsdiktate diese Kredite niemals wird bedienen können. Das Memorandum of Understanding sieht gar vor, dass die Unternehmensbesteuerung in Portugal sinken soll. Das ist doch alles nicht mehr zu fassen. Portugal wird nicht gerettet, sondern die Banken und Gläubiger werden freigekauft und Demokratie und Sozialstaat werden in Portugal zerstört. Darum geht es in Wahrheit. Seit Beginn der sogenannten Euro-Rettung stieg die Staatsverschuldung Portugals auf etwa 128 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist das Niveau von Griechenland bei Ausbruch der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist auf über 17 Prozent gestiegen. Das ist die bisherige Europapolitik, und die ist gescheitert. Wenn man sich mal anschaut, wie die Arbeitslosigkeit in den europäischen Ländern, bei jungen Menschen unter 24 Jahren sich entwickelt hat, da ist sie nicht nur in Portugal bei 42 Prozent, in Griechenland bei erschreckenden 57,3 Prozent, in Spanien bei 56,5 Prozent, nein, auch bei den dazugekommenen oder später dazugekommenen Ländern ist die Situation katastrophal. In Bulgarien 28,3 Prozent, in der Slowakei 31,1 Prozent, in Kroatien sagenhafte 52,8 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Das sind doch alles Fakten, und die müssten doch zu einem Aufschrei in der Politik führen. Die müssten zu einem Nachdenken über die bisherige Politik führen. Vor allem darf das kein Muster für die osteuropäische Partnerschaft sein, meine Damen und Herren. Wir fordern daher eine andere, eine verantwortungsvolle Europapolitik. Wir haben daher in unserem Entschließungsantrag beantragt, dass das deutsche Vertreter im Direktorium des EFSF, der Bewilligung der Kredite, seine Zustimmung versagt. Wir wollen die privaten Gläubiger Portugals durch einen Schuldenschnitt in die Pflicht nehmen. Die Eigentümer der Banken, die Inhaber der Bankenanleihen sowie die Einlagen von ausländischen Banken und Geldmarktfonds sind für die Verluste der Banken heranzuziehen. Nur die Einlagen der Kleinsparer und des gewerblichen Kreditgeschäftes sind abzusichern. Portugal braucht Investitionsprogramme, meine Damen und Herren, statt Bankenrettungspakete. Dafür brauchen wir eine EU-weite Vermögensabgabe für Millionäre. Allein das Vermögen der europäischen Millionäre übertrifft mit 14 Billionen Euro die gesamte Staatsverschuldung aller 28 EU-Länder. Korrigieren Sie diese Europapolitik. Weisen Sie beim Gipfel in Vilnius darauf hin, dass diese Fehler nicht wiederholt werden, sondern dass es eine Kehrtwende in der Europapolitik geben muss. Herzlichen Dank. Dietmar Bratsch in der Rolle des Oppositionsführers. Das ist neu in dieser Legislaturperiode, dass auf etwa Regierungserklärungen oder andere eingebrachte große Redebeiträge zunächst die Linken antworten werden. Jetzt Gernot Erler für die SPD. Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung komme ich gleich auf den Tagesordnungspunkt, östliche Partnerschaft zu sprechen, und habe auch vor, dabei zu bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die östliche Partnerschaft hat sich aus der EU-Strategie der ENP, der europäischen Nachbarschaftspolitik, herausentwickelt, die 2003 begann. Damit ordnet sich die ÖP in eine der wichtigsten EU-Strategien neben der EU-Erweiterung ein, nämlich der Schaffung von Regionen kooperierender Staaten rund um die Europäische Union mit dem Ziel, Stabilität in der EU-Nachbarschaft vor allem durch gut nachbarschaftliche Zusammenarbeit und Vertrauensbildung zu erreichen. Zu diesem Programm gehörte und gehört neben der östlichen Partnerschaft die Ostseekooperation, der Stabilitätspakt für Südosteuropa, die ENP, der Barcelona-Prozess, die Union für das Mittelmeer, die Plexi-Synergy und auch die Zentralasien-Strategie der EU, zuletzt auch die Donauraum-Strategie. Der Ansatz ist immer derselbe. Die EU prämiert auch mit finanzierten Programmen und Projekten grenzüberschreitende Zusammenarbeit und wirbt dabei auch für europäische Werte und Verhaltensweisen. Und so steht das auch in dem Programm der östlichen Partnerschaft, die auf dem Gipfel in Prag im Mai 2009 auf den Weg gebracht wurde. Und hier war sehr deutlich, dass es da ein besonderes Interesse von Polen gab, das auch noch etwas anders im Sinn hatte, nämlich möglichst die Heranführung der Ukraine, des Nachbarlandes von Polen, näher heran an die europäische Integration. Aber offiziell sollte die östliche Partnerschaft eben gerade nicht eine Beitrittsperspektive für die sechs beteiligten Länder schaffen. Das haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, eben auch noch mal unterstrichen. Es gibt da einen Arbeitsrhythmus der ÖP mit Gipfeln aller zwei Jahre, mit jährlichen Außenministertreffen. Wir haben schon zwei Gipfel gehabt und stehen jetzt vor dem dritten in Vilnius. Das heißt, es sind viereinhalb Jahre vergangen. Und da ist es sinnvoll, vielleicht mal eine kritische Zwischendilanz zu ziehen. Und das will ich versuchen. Dabei will ich als erstes die regionalen Konflikte betrachten. Das war ein Anspruch der östlichen Partnerschaft auch hier, zumindest diese Konflikte zu entschärfen. Ich muss feststellen, dass bei diesen drei sogenannten Frozen Conflicts wir die Probleme weiter virulent haben. Das gilt für Nagorno-Karabach, wo die beiden Konfliktpartner, Armenien und Aserbaidschan eher auf Aufrüstung setzen, als dass es Fortschritte bei dem sogenannten Minsk-Prozess gegeben hat. Das gilt leider auch für Abkhazien und Süd-Ossetien, wo starre Fronten zwischen Russland und Georgien nach wie vor bleiben, obwohl wir vielleicht jetzt Hoffnung haben können, dass sich im Verhältnis beider Länder etwas ändert, durch die Veränderungen in Georgien. Das gilt auch für den Transnistrien-Konflikt, in dem die Meseberg-Initiative zunächst Bewegung hineingebracht hat. Das hat auch wieder die 5.2-Verhandlungen gegeben. Aber die meisten Beobachter sind sich darin einig, dass das Momentum der Meseberg-Initiative allmählich ausläuft. Aber zumindest war das ein Teilerfolg. In der Summe, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man nicht sagen, dass die regionale Zusammenarbeit, was die Konflikte angeht, besonders gestärkt wurde. Ganz anders sieht das aus bei der Heranführung an die EU. Hier setzt Brüssel auf eine Verbindung von Assoziationsagreements mit Freihandelsabkommen, über die jahrelang verhandelt wurde, mit übrigens verbunden auch einer verlockenden Zugabe, nämlich Visa-Liberalisierung. Herr Bartsch, das gehört ganz offiziell, was Sie da fordern, längst zur EU-Politik hier vor Ort. Und schließlich geht es da auch um eine vertiefte Zusammenarbeit der Zivilgesellschaften, der Civil Societies, der beteiligten Länder. Aber darüber wird nachher gleich meine Kollegin Katharina Barley etwas Näheres zu uns sagen. Von Anfang an war Belarus ausgenommen aus diesen Angeboten, wegen der innenpolitischen Situation, aber auch wegen der Zugehörigkeit zur Zollunion. Aserbaidschan musste als Nicht-WTO-Land auch zunächst in den Wartestand und bekommt jetzt so etwas wie eine strategische Modernisierungspartnerschaft. Aber mit den anderen vier Ländern, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, wurden erfolgreich entsprechende Assoziierungsabkommen ausgehandelt. Armenien allerdings entschied sich kürzlich im Oktober dafür, doch der Zollunion von Putin beizutreten. Aber der Höhepunkt sollte ja auf dem Gipfel, dass die Unterzeichnung des Abkommens mit der Ukraine sein. Dieser Erfolg, das wissen wir leider aus den aktuellen Mitteilungen, ist im Augenblick alles andere als gesichert. Und zwar deswegen, weil nicht klar ist, ob in letzter Minute noch die Berchow-Narada, also das ukrainische Parlament, diese drei wichtigen Gesetze über die Lösung für Frau Timoschenko, über ein neues Wahlgesetz und ein neues Staatsanwaltsgesetz noch entscheidet. Es gibt eigentlich nur noch den morgigen Tag als Chance dafür. Und die Außenminister in Brüssel schauen tatsächlich im Augenblick nach Kiew, ob das noch funktioniert. Wie konnte die östliche Partnerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, in eine solch kritische Situation geraten? Und wie lässt sich erklären, dass wir womöglich hier vor einem regelrechten Scheitern der Ostpolitik der EU stehen, wenn nicht noch ein kleines Wunder da morgen in Kiew passiert? Bei dieser Frage stößt man sehr schnell auf den Faktor Russland. Und viereinhalb Jahre nach dem verheißungsvollen Auftakt der östlichen Partnerschaft muss man feststellen, die EU ist nicht müde geworden zu versichern, dass sich ihre Annäherungspolitik mit den sechs östlichen Nachbarn nicht gegen die Interessen Russland richtet. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das auch eben noch mal bestätigt. Aber es ist eben leider nicht gelungen, die russische Führung davon zu überzeugen. Die EU hat sich verfestigt in einem Denken in geopolitischen Einflusskonkurrenzen als Nullsummenspiel. Danach versucht die EU ganz einfach, den russischen Einfluss in dieser Region zurückzudrängen, zu Lasten von Russland. Und der EU ist auch nicht gelungen, die russische Föderation von Anfang an in die Aktivitäten der östlichen Partnerschaft zu eigenem Nutzen einzubinden. Und insofern sehen wir hier, dass die Zollunion in einer Konkurrenz zu den Assoziationsabkommen der EU steht. Und vielleicht ist das auch nicht immer klar geworden von Anfang an, dass das hier einen logischen Unterschied, ein logisches Entweder-oder gibt. Man kann einfach nicht beiden Organisationen angehören. Dieser Konflikt wurde verstärkt durch das, was Wladimir Putin im Wahlkampf entwickelt hat mit der sogenannten Eurasischen Union. Und mit dem Plan bis 2015, eben eine erweiterte Zollunion zu haben und da weitere Mitglieder zu gewinnen. Das ist zwar vielleicht jetzt gelungen mit Armenien und auch Kyrgyzstan, aber es ist völlig klar, die Ukraine spielt hier eine der entscheidenden Rollen, ob diese Idee einer Neuorganisation des post-sowjetischen Raumes gelingen kann oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist zu bedauern, dass sich tatsächlich hier so eine Art geopolitisches Ringen zwischen Russland und der EU entwickelt hat. Und wir sehen auch mit großem Bedauern, in welcher Weise hier Russland Druck ausübt. Da gibt es eine Person, die heißt Gennady Onyschenko, die es zu einer traurigen Berühmtheit gebracht hat. Das ist der oberste russische Lebensmittelkontrolleur. Der hat plötzlich festgestellt, dass es bei der ukrainischen Schokolade, beim Wein aus Moldova und sogar aus der Milch aus Litauen schwerwiegende Probleme gibt, die allerdings kein anderer Lebensmittelkontrolleur auf der Welt bisher festgestellt hat. Natürlich hat das zu Embargo-Situationen geführt. Das Signal ist klar. Wer mit der EU kooperiert, der hat dann Nachteile im Handel mit Russland. Es gibt dann auch das zweite Instrument Gaspreis. Also ganz plötzlich hat Armenien, als es sich für die Zollunion entschieden hat, eine Reduktion des Gaspreises in erheblichen Umfang gekriegt. Und der stellvertretende russische Außenministerpräsident Rogozin hat dem kleinen Land Moldova nebenbei dem Ärmsten in ganz Europa mit einem kalten Winter gedroht. Also dieser Hebel wird eingesetzt. Und schließlich auch der Sicherheitshebel. Armenien hat sich auch deswegen entschieden, weil es anders nicht weiß, wie es zu einer Sicherheit mit dem Konkurrenten Aserbaidschan hier kommen soll. Und es gibt auch Angebote von erheblichen Waffenlieferungen an Kiew von russischer Seite. Nach viereinhalb Jahren östlicher Partnerschaft steht also leider die EU vor einer ziemlich deprimierten Alternative. Entweder es gibt einen Rückschlag für die Ostpolitik der EU oder es gibt einen Dauerkonflikt zwischen Russland und den Ländern der östlichen Partnerschaft, die auch dann zu Konflikten mit der EU werden. Insofern brauchen wir tatsächlich eine Initiative, auch von Deutschland aus kreativ uns mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. Wir brauchen Ideen, wie wir aus dieser Konfliktlage herauskommen. Denn die östliche Partnerschaft ist wertvoll. Die muss unterstützt werden. Und die braucht unsere Stützung in dieser schwierigen Situation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.